Herzlich Willkommen und ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Octopath Traveler. Wir waren hier schon einmal mit Tressa drin und Harnet und so weiter und wir haben uns ganz schön angestellt. Und jetzt habe ich alle angestellt. Ach, ich hoffe, sie stellen sich besser an. Ich habe dabei gerade noch eine Kiste-App, die wollte ich gerne haben. Hi. Bitte nicht auf Harnet oder was? Okay. So, ein bisschen kälter. Was machen wir jetzt mit Ferry? Hat er eine Axt? Ähm, ja, ja. Okay. Was nächstes? Du kannst wieder dein Tänzer-Boomster benutzen. Sehr gut. Und die wütenden Schweine, die schon ausgeschaltet sind? Hier geht nichts. Du machst dir erstmal einen schönen Schwingen. Level Slash! Komm, wenn du möchtest. Deine Axt? Nee. Der hat aber ein Schwert. Okay. Hm. Ja. Hm. Geht so, ne? Ich bin hier nicht so aufwendig. Natürlich. Wäre hier eigentlich ein guter Kampf geben für Wolverine. Out of my way. Ähm. Hier geht nichts. Der lebt sich erstmal selber. Hier geht nichts. Ja. 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 Kann man hier was klauen? Oh ja. Oh ja. Oh, die Blüte. Ja. 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 Ja, ja. Das hier ist ein großer Tag. Sehr schön. Nicht schlecht. Ein Passwort. Wir können das nicht so wie ein Herr. Aus meinem Weg. Gut. So, wir blitzen. Nein! Nichts werden wir finden! Lass ihn in die Hunde! Lass ihn in die Aero fliegen! Du bist die beste Bogenschütze, dann kannst du auch nicht durchschließen. Gut! Ein interessanter Darmat. Ich glaube nicht! Lass ihn in die Hunde beginnen! Ach, du könntest mal Präzision schlagen. Das bringt ja alles nichts. Das bringt ja alles nichts. Hier geht's! Was? Was ist das denn alles nutzlos? Das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch. Ich nehme das. Das ist das! Das ist das! Ah ja. Das ist mein Wunsch. Bring's rein! So, was haben wir noch? Komm schon! Warum ist das Vieh zu stark? Nichts! Das hier ist ein Level von einem Zweifel, ein Level zu heißen. Sollte eigentlich machbar sein. Aus meinem Weg. Wo ist die nahe Tavern? Oh, Cyrus ist bald 50. So, dann gehen wir erstmal zurück. Ich guck mal, ob ich da oben diese Kiste kriege. Hier hinten rechts aber noch eine. Was ist hier? Lass uns beginnen. Hier geht's! Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Gegend überhaupt nicht leiden kann, aber überhaupt nicht. Nein! Ah! 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 So! Was ist die logische Versicherung? Was war das? Schütze ich noch! Du auch! Lass die Hunde beginnen! Lass meine Aero fliegen in die Luft! Komm in, wenn du da bist! Jetzt machen wir schön... Feilhagel! Ich habe den Aero! Sehe ich! ich hab's verletzt, auf! Ich habe den Aero! Nein, das ist alles. Meiner verletzt! Ich habe um dieεριäte ziehen. Ich habe ihn zu verletzt, in dem ich alles bekam. Und dann geht's ruhig! Ich habe die Rebellen! Jetzt ist alles wieder aufgehoben! Aufhörig! Was war das zu teuerhaft? Level Slash! Cool. Jetzt, was nächstes? Alle Lichter! Schau sie runter! Nicht schlecht. Überraschend. Allein für diese Kisten brauche ich 20 Minuten, bis ich bei den Kisten bin. Hier hinten war eine. Lass mich. Lass mich einfach ran. Jetzt ist blöde Zieger wieder da. Das doof ist, ich habe keinen Stab von Mann oder Frau. Das ist nicht doof. Hier geht's! Oder? Ha! Nicht der Punkt! Aus meinem Weg! Okay, Magie hat an sich weniger. Toll. Aus meinem Weg! So! Komm her! Komm her! Es ist besser! Ach, Mist. Das hat nicht noch mal was tun. Hier geht nichts! Derweil kannst du ja mal hier so eine Applikation drücken. Aha! Ah, geht's runter. Mein Tag. Ist doch was schönes. So richtig was ein Angreifen hat er ja gar nicht, ne? Nein. Ihr könnt mal GP stören. Ah ja. Was ist der logische Kurs... Ah! Oh, Flames! Flames! Was? Nicht schlecht. Ein Passwort. Kiste. Kerkerbrecher. Was? Wer oder was ist Kerkerbrecher? Das klingt doch nach einer Axt, oder? Da. Das ist ein Dolch. Kerkerbrecher. Da geht der Elementare an. Und da braucht der Elementare an. Nö. Das war vorne einfach zum Fall. Aber sie kann mit dem... Oh ja. Was anfangen. So, dann haben wir hier hinten irgendwo noch ne Kiste. Ne. Muss ich jetzt drunter. Ja, find ich gut. Gleich mal ein Pfeil. Was? Mal klarstellen, dass hier Sache ist. All right! Schützt dich? Mein Turn. Schützt dich? Nein, du nicht. Und du schützt dich nicht. Die sammeln jetzt erstmal ne BP. Cool. Dann musst du schütteln. Ah! Attent das ist der Leitungsdauer-Range! Hm. 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 Hier we go! Ja! Ich schmeiß nur ein bisschen. Let my arrow fly intruder! An ode to the knight! Hm. 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 Schucks! Mann, ich dachte, wir standen hier. Hm. 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 Was ist das jetzt? Nein! 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 Ich denke nicht! Lass meine arrow fly intruder! Äh. Haha. Lächerlich. Was ist das? Das Ding verstummt der! Ach. Weißt du was? Da fällt irgendein Stein auf. Irgendeinen. Oh. Hier. Schatten, sehen, Stein. Hier. Schatten, sehen, Stein. Ich versuch mal mit den FP noch ein bisschen zu raushalten. So. Hier müsste doch die andere Kiste sein, oder? Ja. Und deswegen sind wir hier. Eisarmulett. Wahnsinn! Ich habe meine Forschung gemacht. Hier geht nichts. Aufstacheln? Ja. Das kann man versuchen. Ja. Das kann man versuchen. Das kann man versuchen. Ein... Interessantes Moment. Ja. Die greifen. Dann. Oh. Wenn du da möchtest. Auch schön. Ja. Oh. War eine Falsche. Oder nicht. Die Schalter hier. So. So. Ich bin ja zweimal da. Oh. Die Tiefen. Wie? Was? Was? Nochmal schön sie. Nochmal schön sie. Okay. Ah. Das heißt, ich muss ein bisschen Masin sammeln. Versammeln. Hier ist ein bisschen Masin. Ah. Okay. Wie wäre es mit Amputation letztes Gefecht? Klingt mal gar nichts. Na. Was nächstes? Das klingt alles nicht so wirklich aus. Irgendwann eine Bestie. Au. Au. Cool. Letting my arrow fly in true. Ah. Zu wenig Pumpe. Äh. Ich kann nicht so schlagen. Zielen. Den Arm schlagen. Fuck. War zu wenig? Besuch viel Kraft. My turn. Ich bin enttäuscht. Was kommt? Die Klappen die Zauber nicht? Wie? Wenn das was? Dann, nachher. Dann, nachher. Dann, nachher. Dann, nachher. Dann. Ich bin enttäuscht. Muss ich heilen? die FP so ein bisschen wunderbar ich glaube das waren die einzigen Kisten ich hoffe etwas Glückschatten auf den Kamm vielleicht sollte ich mir doch noch ein bisschen FP holen oder ich mach noch ich hab jetzt noch einen Kamm damit wir die FP noch zurückkriegen und dann machen wir den Boss das nächste Mal schade ausgerechnet meine Hilflingskombination hier geht nichts ich sehe schon ein interessanter Dynamo was ist nächstes? alles klar hier geht nichts und du musst auch das wird sie tun das wird sie tun ne ich schütze nicht n aus meiner Weg pf ne Oh, finde ich gut. Ja, das ist ein bisschen. Entschuldigung. Hier geht's! Aufschuldigung. Den Schlag kriegt der FPV. Ich hoffe, das hab ich bei Holgerick auch drin. Da! Okay, jetzt nehmen sie alle Pflaumen. Ach komm, wir haben es ja, was soll der Geiz? Aber hier halt rum. Entweder haben wir sie oder so. Jetzt haben wir sie. Nicht mehr. Okay, ich mach jetzt mal ein kleines Päuschen. Der Kampf und die Aufrüstung dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss! Für mich. Tони da, ich habe. Ich muss aufpassen. Das ist ein kleines Päuschen.